Was ist ein Erklärvideo? Vielleicht fragen Sie sich das auch. Das ist ein kurzes Video, das ein Thema in Form einer Geschichte erklärt. Damit können auch komplexe Informationen gut verstanden werden. Sie erreichen damit auch mehr Zufriedenheit in Ihrer Zielgruppe. Man sieht animierte Bilder mit einem Text als Untertitel. Dieser Text ist gleichzeitig auch in gesprochener Sprache hörbar. Diese multimediale Darstellung ist für viele Menschen angenehmer. Wer nicht gut hören, sehen oder lesen kann, erfährt alles Wichtige über andere Sinne und in einfacher Sprache. Zum Beispiel sind Gesetzestexte schwer zu verstehen. Ein Erklärvideo stellt diese Sachverhalte mit Bild und Ton einfach dar. Darum verstehen mehr Menschen den Inhalt. Auch Vereine können sich und ihre Arbeit durch ein Erklärvideo darstellen. Zum Beispiel ein Tierschutzverein kann so beschreiben, wie er Tieren hilft. Mit einem Erklärvideo auf der Webseite wird gezeigt, worum es geht und welche Vorteile alle davon haben. Dies führt zu mehr zufriedenen Besuchern dieser Webseite. So kann jede Firma oder soziale Organisation ihr gemeinnütziges Ziel einfach, unterhaltsam und barrierefrei präsentieren. Auch für Sie können wir von der IT-Hilft ein solches Video erstellen. Wie funktioniert das? Sie sagen uns Ihre Botschaft und wir schreiben den Text dazu und erstellen passende Bildanimationen. Gefällt Ihnen das Video, sprechen wir den Text dazu, sodass ein fertiges Erklärvideo mit Bild, Text und Ton entsteht. Sie haben nun ein genau passendes Erklärvideo für Ihre Zielgruppe. Fragen Sie uns. Wir machen das für Sie. Mehr Infos finden Sie auf www.it-hilft.de unter Erklärvideos. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.